bevor dieses video anfängt möchte ich euch etwas sagen und zwar dieses video ist leider zu spät gekommen es liegt daran da ich bisschen was machen musste halt aber dafür ist halt video am sonntag ich habe mir nicht gesagt es kommt direkt oder so ich habe ja nur gesagt es kommt direkt also jetzt am sonntag und am samstag ich habe es nicht gesagt dass direkt kommt aber egal und viel spaß beim video ein schöner tag ich lege mal die sachen hier hin heute gehen wir ein bisschen mal raus und sammeln wenn es geht geld weil ich bin sehr arm das ist glätt nein nein blume wieder einpflanzen so bringen wir hier runter und gehen raus ich gehe mal flugzeug raus lieber was macht diese bulle hier egal mein flugzeug wer hat mein flugzeug klaut wer hat mein junge oh man wie soll ich jetzt so dorf oder so gehen muss ich jetzt wirklich mit auto dorthin gehen ja okay wenn es so sein muss endlich bin ich da so dann gehen wir mal dort hin so schön aus sieht hier friedlich aus bis jetzt hallo wie geht es ihnen ja okay machen sie ihre arbeit ruhig und der pennt einfach guna was geht lang lang was geht und ist kaputt gegangen bruder und haus kaputt egal so oh nein eins glätt 3 3 3 3 3 3 2 1 los los so oh nein grüpper so grüpper erstmal erledigt so dann erkunden wir wir mal hier ich werde sie ganz kurz töten ok ich würde jetzt hier aufschrauben ist sehr gut ist mir egal ob die sachen kommen so gibt es irgendetwas irgendetwas wäre sehr gut es gibt nichts wirklich schon nichts hier da ist der andere haus dort bei rote scheine oh nein grüpper nein grüpper ich werde sie auch töten ich töte alle das macht spaß ich will auch langsam freunde haben der auch nicht sterben kann so machen wir mal ein bisschen ordnung so bisschen diese weizen können wir auch mitnehmen niemand zieht ja uns auch zu ne ja niemand ist da gut trotzdem oh was für das denn uiuiuiui das war nicht gut so jetzt gehen wir mal nach oben los hier oben sind auch noch weizen ich nehme nicht mehr es reicht ich habe eh zu hause nicht viel essen so so es geht lang er ist sicher oh nein komm her oh nein er kommt boah blauer traktor ist von geil aus das muss ich nehmen mit boah richtig geil das tue ich in mein Feld boah was mein schwert bro E recycling Eisегolem boah dieser traktor ist voll geil ich nehme es mit tsche es ist mir ehrlich ich nehme sie wirklich mit astian So, jetzt gehen wir mal mit meinem neuen Traktor zu meiner Villa, würde ich das jetzt mal sagen. Und ja, dann nehmen wir auch mein Auto wieder zurück. Oh, endlich bin ich in meiner Villa. Da habe ich auch mein Auto geparkt. Und ich weiß immer noch nicht, wo mein Flugzeug ist. Oh ja, einer hat es, glaube ich, geklaut. Und da ist auch mein blauer Traktor, da, und das Graue ist auch dort, das ist sehr gut. Leider heute kein Geld gefunden, leider, ich denke in dieses Haus müsste ein versteckt sein, ist aber kein Problem, ich werde es irgendwann mal herausfinden, ich werde es komplett aus erkunden. Oh nein! 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 Was macht hier mein Haus? Geht raus! Raus hier! Sag mal. So, jetzt gehen wir mal nach oben. Als erstes. Ich bin müde, obwohl es nicht nachts ist. Oh mein Gott! Obwohl ich so müde bin, greifen trotzdem noch Monster an. Na egal. Ich gehe ganz kurz ein bisschen schlafen. Oh. So. Was ist mein Ständer? Was ist mein Rüstungsständer los? Was ist mein Ständer? Sag mal. E. So. Ach, jetzt gehe ich. Also jetzt tue ich die Sachen da rein. Dann gehe ich schlafen. Oh. 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 Vielleicht abonniert mich und ja.